Herzlich Willkommen! Ich bin in Nürnberg-Lauf am Holz und zeige Ihnen eine 1,5 Zimmer Mansardenwohnung mit ca. 35 Quadratmeter Wohnfläche. Sämtliche Läden für den täglichen Bedarf erreichen Sie fußläufig vor Ort. Die Wohnung befindet sich in einer ruhigen Wohngegend mit verkehrsberuhigter Zone. Das in den letzten Jahren stetig renovierte Sechs-Parteien-Haus ist von Grünflächen umgeben. Der große und schön angelegte Garten wird von den Bewohnern gemeinschaftlich genutzt. Die Wohnung befindet sich im zweiten Obergeschoss. Über den Flur gelangt man in das Wohnzimmer. Die Wohnung ist mit einem Laminatboden und weißen Kunststoff-Isolierglasfenstern ausgestattet. Die Beheizung erfolgt über eine Gaszentralheizung. Das halbe Zimmer ist groß genug, um ein gemütliches Schlafzimmer einzurichten. Bei Bedarf kann verschiedenes Mobiliar gegen Ablöse vom Vormieter übernommen werden. Die Küche ist mit einer Küchenzeile, einem Herd und einem Kühlschrank ausgestattet. Das helle Tageslichtbad hat eine Toilette, ein Einzelwaschbecken und eine Badewanne. Die kleine Abstellkammer bietet praktischen Stauraum. Zur Wohnung gehört ein eigenes Kellerabteil. Im Waschraum ist Platz zum Aufstellen der eigenen Waschmaschine und des Trockners. Ein Trockenraum und ein Fahrradabstellraum steht der Gemeinschaft zur Verfügung. Die Verkehrsanbindung ist durch die fußläufig in wenigen Gehminuten erreichbare S-Bahn-Haltestellenlauf am Holz hervorragend. Zahlreiche Freizeitmöglichkeiten bietet der nahegelegene Lorenzer Reichswald. Vielen Dank für Ihr Interesse, ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.